Geil offen, natürlich. Ich würde sagen, die letzten fünf Jahre, oder sagen wir mal die letzten zehn Jahre, Jombie Sail. Rationalist. Nicht meine Heimat. Größerstraße. Leidenschaft, Tradition und für sehr viele Leute, für alles. Leidenschaft. Beides. Didi Ramos. Es gibt sowohl aktuell als auch in den 80ern gute Scheiben, in dem Fall 80er. Mit einem GRK-Spiel verbunden. Transparenz, Kontrolle und eines der zentralen Säulen für den Verein. St来了 und west, der wie möglich die ganze Zeit von Apervind? Das war, ich weiß nicht.